Wie bist du hier hinten? Wenn ich nicht da rein Dann seh ich ja nicht Wir fahren hier hinten Ich möchte mich auch noch nicht fahren Aber das muss vielleicht ein bisschen sein Ja, aber das ist schön Warte mit rechts fahren Ja, das ist ein Pikes Aber das ist ein Pikes Das ist ja mechanisch verbunden Das ist ein Pikes Direkt durch das Schicht Einsteuern Ja Wie ist das? Wie ist das? Das ist ein Pikes Zu zerdrehen Ja, wir heute Um Wir brauchen doch bitte Scheffeln Danke Die Die Dinge Wie ist das Koffer? Früher musst du das auf Wünschen bringen. Ich muss da rein, da rein, da rein, da rein. Früher! Was ist das? Ich muss hier ein bisschen sein. Ich muss hier ein bisschen sein. Das ist doch ein bisschen scheiße. Das ist doch ein bisschen scheiße. Das kommt jetzt auf Jahre her. Nee, wir müssen bei Arne geschenken. Das ist das große Lager. Das ist das große Lager. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist gut Aber da hinten ist ja noch etwas nachher. Wer der Männchen gehört, da sitzt einfach dran. Was ist denn? Ich bin ganz schnell. Ja.. Ich bin ganz schnell. Ich bin ganz schnell. Hast du nicht? Wie kannst du sein? Hier, hier, hier. Ich kenne da den. Ja, so kann ich das essen. Hier, hier, hier. Ist es ernst? Kann ich doch rühren? Grüß da, Chef, ne? Ja, das ist alles. Ja, das ist alles. Da ist ein Fähler. Das ist alles. Ja, das ist alles. Alle noch zurück. Alle noch zurück. Hallo, da ist der. Das ist echt nicht? Hast du das besser mitgebracht? Jeden Tag sehen wir das Ding vor. Das ist abends, ja. Denkst du was? Hat das echt eine Färbaufel? Boah. Ich hätte das schönste Ausflug bekommen. Ich hätte eine Maschine bekommen. Das ist eine Maschine. Das ist eine Maschine. Ich habe keine Maschine mehr. Ich habe keine Maschine mehr. Was ist denn das? Ich habe keine Maschine. Ich war ja noch vor einem Jahr. Da habe ich es nicht ausgeworfen. Ich kann nicht nach Hause fahren. Wer ist die Nachhause? Dann werden wir da auch gut im Wohnzimmer anbauen. Ich hab keine Ahnung. Das ist ja nicht vorkommen. Das war auch schlecht. Aber wenn ihr nicht dabei ist, dann müssen wir lesen. Dann wollen wir doch noch mal hoch. Nee. Das sind die Abwehr. Nee, du oder auch nicht. Aber da sind die Abwehrsflüge, weil du dich auf die Abwehrsflüge, ja, weil du kommst mit der Gäste zu sagen. Wir vergessen schon mal eine Abwehrsflüge. Das ist ja noch in der Abwehrsflüge. Ja gut, und der hat eine Wohnermassen. Das ist nur eine Pabelle. Dann ist das gar nicht mehr so groß. Dann ist das gut. Die Abwehrsflüge, die Abwehrsflüge, die Abwehrsflüge, Wir haben oben, äh... Wir haben heute mal gucken, wie wir verkaufen. Das ist gerade hier drin. Hat hier? Brotweiß, Brotweiß, Brotweiß. Wir haben schon. Das war rechts. Ah... Mein Freund schmeckt. Es ist morgen Ende. Mein Freund ist abgetan worden. Ich bin hier unten. 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 Okay, guys. Danke. Tschüss. Ja, okay. Boah, Tänk! Die Runde ist ja nicht so gut. Die Rechte, die hier ist auch immer herkade. Zum Oberen, PP. Das heißt hier unten. Kommt ihr hier auch nur das neues Gesicht an? Ja, genau. Kommt ihr hier auch nur das neues Gesicht an? Der Marsch wäre auf dem Bissau und der Bissau. Der Bissau ist auf dem Bissau. Zwei Bissau. Der Bissau ist auf dem Bissau. Was ist denn mit der Pompos? 4-Pier-Geschnitzel Ja, das ist gut Wenn ich ein Teile in Schnitzel ablöse, dann stellen wir das 7-Pier Ja, das lassen wir mal stellen Das ist der Speier vom Gehen 2-Schnitzel, sonst 4 Das sind für 3 Personen noch 3-Schnitzel Wurde es noch nicht? Nein, man kann doch nur die Heiler versuchen Was ist denn mit dem Auto? Wie's denn mit dem Auto? Was ist denn da? Wie's denn? Ja, nein Wo ist das denn mit dem Auto Einfach noch ein paar SUV Das kann ich an der Sprecher, das kann ich an der Sprecher. Das ist ein 1. Wir brauchen die Kopfschmerzen, aber wenn wir das sehen. Nein! Das ist ein Wuschheit. Das ist die andere, die sollen noch nicht. Das ist eine Freude, der verpasst. Ich sage, ich hole eine Freude. Jetzt ist es ein 1. Pause! Mal aussteigen! Jetzt geht das jetzt wieder los. Jetzt fahren wir an nachschauen. Na? Jetzt findet man mal was, ja. Ich brauche es nicht, ich weiß es nicht. Ich brauche es nicht. Sie sollten doch erstmal hier herfahren, der hat auch keinen Sinn. Ich habe noch einen Schuh, aber ich habe noch einen Schuh. Ich habe noch einen Schuh. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf unserem Gleis nicht, hörten wir. Die Airby, die hier umstanden, das ist ja nur ein bisschen herfahrt. Achso, warum? Hier ist der Hauptsicht, die S-Verbüttelwurst. Ja, das hat euch leider reizig. Was machst du hier? In der E-Mail. Geht uns das Fahrrad? Hier ist der Fahrrad. Hier ist der Fahrrad. Ja, das ist ein bisschen herrschlässiger. Hier sind die Airby, die Fahrrad. Ich schaue. Ich will die jetzt finden. Ich muss rufen. Ich kenne die Fahrrad, das ist das. Ich habe das mit den Ideen. Ja, hier fachst du nicht mehr? Ja! Aber ich mache schon mal. Schrauben, 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 Schrauben. Schrauben, 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 Schrauben. Schrauben, Schrauben, Schrauben. Schrauben, 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 Schrauben. Das ist ein Rettungsgericht. Das ist ein Rettungsgericht. Noch ein Rettungsgericht. Das ist ein Rettungsgericht. Wir haben eine Rettungsgericht. Das ist ein Rettungsgericht. Wir sind in der Rettungsgericht. Das ist ein bisschen langer Zug. Das ist am Bremsen, der sieht aus. Ja, hier ist ein Schmerz. Wimpen! Das ist jetzt ein Bremsen. Wo ist denn jetzt? Wissen Sie doch. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Nein. Ich hab dir damals schon gesagt. Wo ist denn das? Ok, da ist ein Bremsen, da ist die ganze Nacht, die haben ihn angestellt. Wo ist denn jetzt? Bist du dabei? Komm ich, komm ich! Was ist denn da? Na, ich hab mich nicht anzugreifen Ich hab mich nicht anzugreifen Ich hab mich nicht anzugreifen Bist du dabei? Ja, du, ich hab mich nicht anzugreifen Ich hab noch nicht den Arm gefühlt Ja, ich hab mich nicht anzugreifen Geil, ey Ich bin noch dabei, aber ich hätte gleich was zu mir Geil, ey Ja, ich hab mich nicht anzugreifen